Ich bin Batman! Jo liebe Freunde, willkommen bei den Game News. Heute haben wir für euch eine Spezialfolge mit Games, die euch 2015 erwarten. Wow, und selbstverständlich die Gewinnspielauflösung von letzter Woche. Und ein neues Gewinnspiel. Das wird ja richtig geil. Let's go! Dying Light, der Dead Island Mirror's Edge Mix, sorgt im Moment bei Gamern für große Spannung. Das Survival Horror Game wird euch zwingen vor Zombies zu flüchten, anstatt wild auf sie einzumetzeln. Wie in Dead Island sind eure Bastelkünste gefragt oder in Mirror's Edge der Parcourslauf, um vor Zombies zu flüchten. Das Spiel erscheint am 30. Januar und verspricht ein Zombiespiel der Superlative zu werden. Der nächste Action-Kracher steht uns schon 11 Tage später ans Haus. Denn Evolve, das von uns heiß erwartete Action-Spiel wie Monster Hearts 4 gegen 1, erscheint endlich. Wer es noch nicht kennt, vier Menschen kämpfen auf fremden Planeten gegen ein riesiges, von einem Spieler gespieltes Monster. Wir durften das Ganze schon in der Alpha einmal ausprobieren und es war, gelinde gesagt, ziemlich geil. Der Oberhammer. Vielleicht schaffen wir das auch jetzt schon. Wir sind sicher, dass uns die Left 4 Dead-Macher dann mit einem schönen Spiel beschenken werden. Doom, der Horrorshooter-Großvater, bekommt einen neuen Enkel. Details zum Release-Datum oder zum Inhalt sind noch nicht bekannt. Aber ein kleiner Trailer wurde schon veröffentlicht, wenn ihr mehr wissen wollt, unten in der Videobeschreibung. Da gibt's den Link. Wo ist der Buddy? Hä? Oh mein Gott, wo ist Commissioner Gordon? Commissioner Gordon? Hä? Ah, hallo liebe Freunde. Dieses Jahr wird selbstverständlich auch mein Neuespiel rauskommen, nämlich Arkham Knight. Unbedingt kaufen. Am 2. Juni ist es endlich soweit. Da könnt ihr mit meinem krassen Batmobil durch die Stadt flitzen und böse Ganonen verprügeln. Psch, psch, psch. Ich bin Batman. Im vergangenen August ließ uns eine Demo das Blut in den Adern gefrieren. Obwohl die Plattformen und das Release-Datum noch unbekannt ist, machte die Demo zu dem neuen Silent Hill richtig Bock auf mehr. Alter, ich hab den Controller genommen und in die Ecke gepfeffert, als ich das das erste Mal gespielt habe. Ich hab mich ein bisschen nass gemacht. Ich hab mich eingepisst. Mit etlicher Promoter-Unterstützung, Star-Besetzung und einer Demo, die aus purer Angst besteht, könnte das neue Silent Hill, eins der besten Survival-Horror-Games aller Zeiten, werden verdammt. Oh mein Gott! Das ist ein Ding! Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, dessen Vorgänger mir persönlich richtig Bock gemacht hat. Tomb Raider. Wir sprechen vom zweiten Teil, Rise of the Tomb Raider, der Ende 2015 erscheinen soll. Jawoll! Schon der erste Teil punktete mit einer packenden Story, einem super Kampfsystem und einer Lara Croft, die gelene gesagt echt heiß aussah. Oh yeah! Das Ganze wird leider erstmal zeitexklusiv für die Xbox erscheinen. PC- und PS4-Besitzer werden aber sicherlich auch noch in den Genuss davon kommen. Und als kleiner Appetitmacher gibt es in diesem Jahr sogar die erste Live-Action-Serie, die als Prequel für Rise of the Tomb Raider agiert. Den Link dazu, sofern vorhanden, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war aber noch längst nicht alles, da kommen noch ein paar richtige Kassenschlager auf uns zu. Unter anderem Was haltet ihr von den vorgestellten Spielen? Und was ist euer persönlicher Favorit 2015? Schreibt's uns in die Kommentare, denn das... Denn das interessiert uns wirklich. Diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Also das ist wirklich ganz aus vollem Herzen. So, liebe Freunde, und nun kommen wir zu unserer Gewinnspiel-Auslöwung. Warte, 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 warte. Ich muss eben mal die Auslöwebox holen. Ja, dann hol mal. Rack ich. Roll eben. Okay. Hallo, da bin ich wieder. Mein Gott. Ich habe deinen Freund getroffen. Er hat mir eine Box gegeben. Hier ist sie. Wir haben wieder fünf Kommentare ausgewählt, die uns zum Schmunzeln, Lachen und Einpissen gebracht haben. Und ich wähle jetzt wieder einen aus. Die Badbox. Batman, zeig mal bitte in die Kamera, dass auch fünf Schnibbel drin sind. Hier sind fünf Schnibbel drin. Okay, gut. Und jetzt möchte ich auswählen. Ich bin Batman. Ich spüle noch ein bisschen um hier. Und ich habe einen. Ich habe einen. Okay. Tschüss. Und der Gewinner ist, liebe Freunde. Ich mache auf, ich mache auf. Und es ist Night HD YP. Oh mein Gott. Super Night. Night HD YP. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, es war auch mein persönlicher Favorit. Aber wir werden natürlich hier immer per Zufallsprinzip die Leute gewinnen lassen. Loll? Lieber Night LP, an dich geht dieses unglaublich tolle StarCraft II Protoss T-Shirt plus der versprochene Twitch-Anhänger. Jawohl. Aber das ist uns selbstverständlich nicht genug. Das reicht uns nicht. Heute verlosen wir ein Dota 2 T-Shirt. Was ihr machen müsst? Abonnent sein. Einen kreativen, lustigen Kommentar schreiben, warum genau du das T-Shirt möchtest. Und einen Daumen nach oben dalassen. So, liebe Freunde. Das war's mit den Game News von heute. Wir hoffen, dass es euch wie immer gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche. Euer Buddy. Und mal Katze. Wooh!